okay es wird es wird es wird um hallo nein das ist doch nicht wahr na 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 so sieht es bei Sonnenuntergang hier aus ja jetzt haben wir einen Zwischenstand wo müssen wir denn hin hüpfen da hinten sieht es gut aus oder okay mehr Speed bitte okay ich sollte mal kurz mit den Steuerknüppelkreuz spielen warum will der nachdem ich da dran war nicht nach links ach was soll's ich wundere mich nicht das ist gut gewesen das war schleiße das war wieder gut das war schleiße nein das war gut oh Gott das sieht gut aus yeah A plus guckt euch das gematsche an naja man sieht eh nicht viel ist ein Schatten jetzt mal kurz die Schweißhände abwischen alter bin ich am ölen das ist das macht den Controller extrem rutschig yay ich bin Fleischbällchen jetzt war ich Hackfleisch yay ähm müssen wir warten bis der da echt wieder hochkommt nein so ach komm da ist sie doch ne ich hab's gewusst das war weil wir die Welt da noch nicht kannten musste ich erstmal vortesten okay das schaffen wir aber zeitlich gesehen dass wir vorher runterkommen ich muss nur da genug Gas geben ich wusste es yeah wir sind imbar und nochmal bam A plus oi ah das ist die eine Welt die vorher schon dunkel war ich glaub da unten gehen wir nicht lang kommen wir hier durch was ach du sche scheiße 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 äh ja sehr schön wir haben dieses komische Ding hier vorne mag mich immer treffen wir haben es geschafft da hinten hinzukommen mhm okay noch ein Stück niedriger oh verdammt ich frag mich ob es nicht sinnvoll ist den normalen Weg da unten zu gehen da vertrödeln wir aber Zeit bis zum geht nicht mehr mhm ey das war jetzt doch das ist doch und jetzt ah klipsch klipsch ah ich erinnere mich das war das rotierende Ding nein 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 können wir da unten lang nicht da tja ausgetrickst alter alter ich schaff das ich schaff das ich schaff das das kann sich keiner mehr mit ansehen wow alter wie soll man denn an der an der an der an der flabberparade da oben vorbeikommen bitte schön nein ach so kommt man an der flabberparade vorbei tja das war glaube ich mehr Zufall als alles andere oh nein nicht nochmal haha nicht so ein hallo kann er mich nicht oben halten verdammt ich will diese bandage einmal kurz versuchen und wie bitte schön soll man dann zurückkommen einmal gegenmatschen zu früh also ich habe keinen Plan sorry Leute da muss ich erstmal passen vor allem sind die Ventilatoren irgendwie schwächer hier habe ich das Gefühl als beim ersten Mal tschüss Schleife scheiß drauf jetzt hauptsache erstmal durch hier alter 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 ich habe es richtig gemacht ich habe es richtig gemacht noch mal kurz gucken das war ja Horror ich dachte mir so ey was jetzt wie soll ich denn schön da oben an den Nadel vorbeikommen war ganz gut links ist er links ist noch ein zweiter Schlüssel da unten ist ein Schlüssel ach nein ach du scheiße jetzt wird es echt fies hier nein 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 hallo könnten die es jetzt auch mal etwas einfacher machen was für ein meisterhafter Sprung am Ende noch Tja wir müssen mal kurz zurück in die Lightwelt und dann müssen wir hier noch einmal den Speedmode schaffen ich glaube wir haben es hier nicht geschafft weil wir den Schlüssel holen wollten an für sich ist das ja eine recht einfache Welt sorry Leute kein Plan ach nein zurück zum Map und wo haben wir noch kein A plus hier eben noch holen hoffentlich mal eben so Tja da haben wir es auch geschafft perfekt damit sind wir A plus vollständig hier im Hospital also können wir die Dark World weitermachen springen oh ich erinnere mich gerade an die Dark World yeah einfach drunter durchlaufen abgezogen Lucha nein der Kaugummi Man hat zugeschlagen und die Nadeln auch okay das war wirklich ein guter Run hier einfach ja 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 nein nein also das war eigentlich ein A plus Wert okay mal kurz checken wie ist die Lage wir haben zwei Schlüssel da unten wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben wir werden sterben ich habe irgendwie wir werden sterben so ein Deja Vu Erlebnis gerade Mr. Kaugummi Man hat mich getötet ja super so schön ist es eigentlich gar nicht wir müssen nur gucken dass wir hier genug Schwung bekommen nein dann halt so nein Mann ich bin gegen diese scheiß Decke gestoßen okay direkt drüber war das ne wir werden sterben der Speedrun ist unser also so nicht einmal kurz hoch und Tepper und hier jetzt voll volle Möhre yeah ähm okay nein ich habe die Chance verpasst das ist echt gemein wie soll ich das denn bitte schön schaffen man muss ja hier voll die Zeit verplempern und dann wird man hier auch noch von solchen Viechern zerfetzt wow ja komm rein mal gucken wie viele Sekunden wir brauchten wir haben irgendwie 31 hallo ok es geht nicht runter es geht auch nicht viel Säge hallo jetzt hör doch mal auf hier zu ach wie gemein wie kommt man da bitte schon an die Binde ach komm jetzt haben wir eh verkackt mal kurz Augen auf und halten wie wir da an dieses Binden Ding dran kommen eben lief das irgendwie besser ich hasse es ich sehe nicht was da unten alles ist ach du scheiße komm gib Gummi jetzt wir haben's wir haben's wir haben beides Bandage und A plus das war mal wieder nein nein das sah gut aus so könnten wir es schaffen schön da haben wir Zeit gespart da hätten wir aber schneller sein können nein vergessen zu springen nein ernsthaft fuck it was soll denn der Scheiß ich glaube ich muss hier Halt machen wo muss ich denn hin hallo es kann ja eigentlich nur nach oben dann gehen ah das wäre natürlich eine gute Anlaufstelle einfach runter verdammt gut nein ich hätte ich hätte oh Gott ich bin sprachlos verdammt okay wir können die Bandage bekommen so aber nicht 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 das ist alles nur deine Schuld du Klotz also so langsam hängt mir das zur Halse raus mit dem andauernd sterben das ist ja schlimmer als Kaizo Mario ich schaff's auch echt noch jeden Winkel abzuklappern in dem ich hier sterben kann ah also nee alter kann man kann man kann man kann ich hier so einen eleganten Sprung nach hinten raus machen vielleicht so geile scheiße ich hab die Kacke da abgegangen aber ich glaub wir sind dadurch nicht wirklich schneller schneller geht's hier einmal so hopp ja so hopp also jetzt häng ich da in der Lücke fest ich glaub's nicht komm zersäg mich ähm ich weiß nicht mehr wie hab ich's denn eben gemacht gehabt mittlerweile ist hier alles voll mit äh Fleischsoße na runter äh äh das ist ja wohl das ist echt scheiße man muss quasi am Ende man muss quasi am Ende noch ähm um ne Ecke springen entweder runter oder hoch fallen meine Finger wollen nicht mehr äh äh Bis zum nächsten Mal.